Die komplette Polizei Neustadt ist, ich würde nicht sagen korrupt, aber unfähig. Unfähig bis aufs Blut. Ich habe Beweise von Monaten und es hat sich nichts geändert, obwohl ich denen die Beweise jeden Monat zugeschickt habe. Im Januar habe ich den Bericht vom Dezember geschickt, im Februar habe ich den Bericht vom Januar geschickt und im März habe ich den Bericht vom Februar geschickt. Vielen Dank.